Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dieser Location geht es darum, dass hier mal ein Jäger drin gelebt hat. Wie das ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt einfach mal und seid mit dabei. Viel Spaß! Guckt euch mal die Küche an, wie die aussieht. Ich bin in der Zeitung von 2016. Das Ding ist noch gar nicht so lange her. Man sagt ungefähr 2016, 2017. Aber genau weiß ich es nicht. Wahnsinn! Guckt euch das mal an! Was ich euch sagen kann ist, dass hier in diesem Haus mal ein Jäger gelebt haben soll. Und ja, das ist typisch alt. Backen und ja, da sieht es hier auch aus. So ein bisschen schimmelig riecht das hier, das riecht nicht. So, da eine Engel. Das ist ein Schlafzimmer. Da ist noch ein kleines Zimmer, ein Badezimmer und da oben seht ihr den Schimmel an der Decke. Sollte man in der Möglichkeit nicht so viel einatmen, holt mir eine Badewanne dabei. Was seid ihr für ein Vogel? Daher kommt der Begriff. Komischer Vogel. Steierpark. Ein Köln. Nähkasten. Und ihr seht auch hier sind die Türen offen. Noch ein Badezimmer. Da ist wie gesagt die Küche. Und da geht sie klar. Noch ein Badezimmer. Was ist das? Loslassen. Hm. Das ist hier nochmal ein lustiger Raum im Keller. Schlafraum. Also hier möchte ich nicht schlafen. Definitiv nicht. Da ist mir definitiv zu gruselig. So, da gehen wir mal weiter. Also im Keller ist nicht so viel zu sehen. Das ist aber noch im Bereich. Aber nur was Kleines. Mit Gläser. Ja, liebe Freunde. Das war es mit diesem Video hier aus dem Haus des Jägers. Ich hoffe, dass es euch heute Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr seit Slosplays. Denkt daran, auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, damit ihr die kommenden Folgen auf keinen Fall verpasst. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.